So Leute, hier bin ich wieder, euer DJP und ich habe ein bisschen was zu sagen. Einfach aus dem Grund, warum kommen jetzt zur Zeit so wenig Videos. Das hat eigentlich zwei, drei Gründe. Erstens, der erste Grund ist, mein OBS funktioniert komischerweise nicht. Wenn ich ein Game aufnehmen will oder halt eine Fensteraufnahme mache, dann kommt nur ein schwarzer Bildschirm. Ich habe mir jetzt auch im Internet ein bisschen darüber schlau gemacht, was das sein könnte. Und es kann wirklich daran liegen, dass ich das über einen Laptop aufnehme. Äh, wehr scheiße, kann man aber halt nicht ändern. Deswegen kommen zur Zeit sehr wenige Videos, weil ich einfach versuchen will, das noch mit OBS irgendwie zu fixen. Zweitens ist, ich bin zur Zeit mit meiner Gold-Promo, deswegen will ich die jetzt erstmal rum haben, um dann doch noch am Ende der Saison nicht mal wieder Gold zu sein. Und das dritte ist eigentlich, dass ich am Samstag, das müsste der, das will ich nachgucken. Ja, das ist morgen schon, am sechsten, dass ich am Samstag mit meinem Vater zum großen Musikgeschäft gehe. Also ihr werdet wahrscheinlich Thomann alle kennen. Und da werde ich mir vielleicht ein neues Mikrofon kaufen. Und das heißt, ähm, würde ich ab Montag, da hätte ich mir halt so geplant gemacht, dass ich dieses Wochenende jetzt dazu mein Zeug mache. Mit OBS versuche ich zu, ähm, das wieder hinzubekommen. Wenn das nicht funktioniert, dann werde ich halt wahrscheinlich Camtasia oder Fraps benutzen. Oder ich werde mal schauen. Wenn ihr ein weiteres gutes Aufnahmeprogramm findet, dann könntet ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben. Dann kann ich das auch mal ausprobieren. Ähm, weiter ist dann, dass ich halt am Montag dann gleich mit einem besseren Mikro aufnehmen könnte. Und, dass ich dann wahrscheinlich auch, äh, die Goldpromo schon am Wochenende gemacht habe. Das heißt, ich würde vorschlagen, ab Montag kommt dann wieder ganz normaler Uploadplan mit Montag Custom Skin. Dienstag, ähm, mein erstes Projekt, also, ähm, zur Zeit Haunting House. Am Mittwoch mein zweites Projekt, das zur Zeit Plans vs. Zombies ist. Samstag wieder ein Custom Skin, dann Freitag wieder Projekt 1 und Samstag wieder Projekt 2. So, so sieht's zur Zeit aus. Ähm, ich hoffe, es stört euch nicht wirklich. Und wir würden uns dann wahrscheinlich am Montag bei einem neuen Custom Skin sehen. Vielleicht schaffe ich's aber auch schon am Samstag eins aufzunehmen, um einfach das Mikro zu testen. Ich weiß es noch nicht, ich muss jetzt auf jeden Fall mal gucken. Und da klingelt mein Handy. Das ist hübsch. Und, ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Servus.